Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir sind zurück bei einer neuen Folge Dead by Daylight. Und ich spiele heute mit Meg. Ich glaube, mit ihr habe ich noch gar nicht auf meinem Kanal gespielt. Ich habe aber mit Daily mit ihr. Und zwar muss ich mit ihr entkommen. Und das versuchen wir jetzt. Und ich entschuldige mich schon jetzt. Es könnte sein, dass es irgendwie ein bisschen laggy ist. Dass die Einstellung noch nicht so ganz passt. Und meine Stimme auch nicht. Sorry. Aber ich hatte jetzt viereinhalb Tage keinen PC. Weil der gecrashed ist. Jetzt habe ich ihn seit gestern zurück. Oh mein Gott, ein Mischer. Aber ich musste alles neu einstellen. Und ich hoffe, ich konnte es jetzt irgendwie wieder so einstellen, wie ich es hatte. Aber wie gesagt, ich entschuldige mich, wenn hier irgendwie was noch nicht so ganz passen sollte. Ich habe gerade nämlich schon eine Runde versucht aufzunehmen. Es hat extremst gelaggt. Aber ich hoffe... Okay, den Lag hatte ich auch im Game. Der war jetzt nicht nur vom OBS verursacht. Ich hoffe, es läuft heute oder in dieser Folge jetzt alles in Ordnung. Ich bin auch ein bisschen außer Übung. Man merkt es sofort. Also ich zumindest. Wenn man mal ein paar Tage nicht gespielt hat. Okay, aber den Generator können wir durchziehen. Micha ist gerade auf Stufe 3. Das heißt, er kann mit einem Schlag eine Person niederstrecken. Oh mein Gott. Sucht er jetzt weiter? Solange er auf 3 ist. Ja. Nein. Das ist ein Mischer, der was kann. Verdammt. Und in den Keller. Ich habe zu lange gewartet. Verdammt. Eigentlich hätte ich sie jetzt doch lieber aufheben sollen. Was macht die Clodette da in der Shack? Oh. Ja gut. Da hat sich wer sterben lassen. Aber er ist nicht mehr auf 3. Aber jetzt hat er die Kate. Hilfe. Okay, ich glaube, sie lässt sich sterben. Ja. Sie lässt sich sterben. Jawoll. Ich glaube. Wir hängen dann hier jetzt gleich noch eine Runde DVD dran. Das kann man doch so jetzt nicht stehen lassen. Ich werde einen Fluchtversuch versuchen, quasi. Weil was soll schlimmstenfalls passieren? Kate liegt am Boden. Ich nehme die Kampfpunkte noch mit. Findet er jetzt die Kate nicht mehr? Ach so. Äh, Mischer? Mischer? Was beobachtest du mich? Ich sterb doch schon. Hä? Hallo? Ja? Was ist jetzt eigentlich gerade dein Problem? Mischer? Du bist creepy. Ähm. Entschuldigung, meine Stimme ist heute irgendwie kaputt. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade von ihm war. Äh, also... Mein Haken ist jetzt eh kaputt. Wenn ich jetzt hier sterbe, dann kann die Kate hier nicht aufhängen. Ja, gut. Ähm. Ich zeige euch nur noch kurz das Matchmaking. Ah, die Punkte. Ja. Aber wir rutschen direkt in die nächste Runde. Neue Runde, neues Glück jetzt? Oder so? Ich weiß es nicht. Die Runde mit Mischer, die war gerade... So was für... Für ein Abbel. Also... Nein, das war ganz blöd. Und ich bin deshalb auch gar nicht dazu gekommen. Mir wurde nämlich eine Frage gestellt unter einem der letzten Videos. Ob ich mal erklären kann, was der Unterschied zwischen einem solchen Totem ist und einem leuchtenden Totem. Das kann ich sehr gern machen. Ähm, so ein Totem hat rein theoretisch anfangs nicht so eine Bedeutung. Man sollte Totems generell wegmachen, weil das Eigentum des Killers quasi ist. Wenn man so ein Totem, was nicht leuchtet, das tut erstmal nicht weh. Kann aber zu einem späteren Zeitpunkt noch zu einem leuchtenden Totem werden. Und die leuchtenden Totems sind quasi Flüche. Oh, hier ist direkt noch eins. Das machen wir auch direkt weg. Das sind Flüche. Wir sehen gerade rechts dieses Dreieck am Bildschirmrand. Das heißt, der Killer hat uns verflucht. Ähm, in diesem Fall war es, glaube ich, das Wegenlied der Jägerin. Das heißt, die Skillchecks kommen ein bisschen verzögert. Beziehungsweise das Signal für den Skillcheck. Aber es gibt noch andere Flüche von Killern, die uns als Überlebenden das alles ein bisschen schwerer machen sollen. Es gibt dann zum Beispiel noch Ruin. Das heißt, der Generator, sobald ich nicht mehr dran arbeite, wird zurückgesetzt. Ah, der Killer ist AFK. Es ist, glaube ich, ein Clown. Wow, noch so eine Runde. Aber egal, dann erkläre ich das kurz noch zu Ende mit den Totems. Also, es gibt ein Totem, das hat einen Ruinfluch drauf gehabt. Wenn ich jetzt den Generator loslassen würde, würde der Generator stetig im Rückgang sein. Also, der Fortschritt würde zurückgehen. Es gibt Flüche verteufelter Boden. Das heißt, wenn dieses Totem dann weggemacht wird, dann... So, der Knall da hinten übrigens, das war jetzt dieses verfluchte Totem, was wir hatten. Ihr seht rechts, dieses Fluchzeichen ist jetzt weg. Das heißt, wie ein Lied der Jägerin ist nicht mehr aktiv. Verteufelter Boden ist quasi, wenn es dann so, wenn das Totem weggemacht wird, das hört man dann auf der ganzen Map, weil das so knallt. Dann ist man für eine gewisse Zeit ein One-Hit. Also, der Killer kann dich dann, wenn er dich einmal schlägt, dann liegst du direkt. Normalerweise muss er dich ja zweimal schlagen. Ähm, dann gibt's, was gibt's noch für leuchtende, verteufelte, also verfluchte Totems? Aufgezerrte Hoffnung. Ähm, das heißt, der Killer, je nachdem wie oft er Survivor hängt, der bekommt ja immer einen Zähler dazu. Und wenn er, glaube ich, vier oder fünf Zähler hat, ich weiß es nicht ganz genau, bist du auch dann direkt ein, ein One-Hit. Also, du liegst dann direkt, wenn er dich einmal trifft. Ähm, es gibt das Totem Vergeltung. Das ist relativ neu. Ähm, solange dieser Fluch aktiv ist, werden, also, und ich mach dann irgendeinen Totem weg. Auch wenn es jetzt nicht leuchtet, bin ich für eine gewisse Zeit ahnungslos. Das heißt, ich höre den Terrorradius vom Killer nicht mehr. Und wenn dieses Vergeltungstotem direkt weggemacht wird, also das, was leuchtet, dann bist du als Überlebende, oder sind alle Überlebende, zehn Sekunden lang sichtbar für den Killer. Genau, was gibt's noch für Fluchttotems? Ich glaube, es ist der Clown. Mal gucken. Ja. Wir haben hier einen Clown, der nicht im Spiel ist. Und der Generator ist auch gleich ahn. Ich weiß gar nicht, ob ich die Erklärung mit den Totems noch schaffe. Ähm, ich hab auch, es gibt auch noch ein Totem, das heißt irgendwie das dritte Siegel oder irgendwie so. Das kenne ich jetzt aber nicht so gut. Das spielt kaum jemand. Ähm, und dann gibt's halt, weshalb ich gerade diese weißen Totems weggemacht hab. Also, es gibt Nöd. Also, niemand entritt dem Tod. Auf Englisch, no one escapes death. Deswegen die Abkürzung N-O-E-D. Noet, Nöd, wie auch immer. Das wird erst aktiv, wenn der letzte Generator quasi fertig ist. Dann wird aus so einem normalen weißen Totem ein Fluchttotem. Deswegen bin ich der Meinung, man sollte auch die ganz normalen weißen Totems alle wegmachen, was am Ende Nöd gar nicht erst entstehen kann. Ja, das ist so der... Ein kleiner Einblick in diese Sache mit den Totems. Das ist relativ komplex in diesem Spiel alles. Das lernt man auch erst mit der Zeit. Wenn du hier anfängst mit dem Spiel, hast du gefühlt keine Ahnung von nichts. Das lernst du alles nach und nach. Ähm, genau. Und wenn du halt ein normales Totem wegmachst, hallo näher, kriegst du 1000 Punkte. Und wenn du ein Fluchttotem wegmachst, bekommst du 1500 Punkte. Ja. Noch so eine Runde, die wirklich Schwachsinn war. Oh. Aber ich hab meine Daily geschafft und ich konnte die Sache mit den Totems kurz erklären. Ich hab heute ein bisschen Lehrer gespielt, weil... Oh. Hatschmicking. Ich hab halt auch nicht so viel gemacht. Ja, es liegt jetzt nur daran, dass ich so wenig Punkte hab, weil ich euch das mit dem Totem erklärt habe. Ähm... Ja. Ich würd auch sagen, wir lassen die Runde heute, wie sie ist. Es war total... useless und... Aber ich hab das mit den Totems erklärt. Und das ist es jetzt wert, dass ich das hochlade. Und ich würd sagen, wir sehen uns einfach bei der nächsten Folge und da hoffentlich ein bisschen erfolgreicher. Wenn ihr übrigens auch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich nehm zwar meistens ein bisschen im Voraus auf, eben für solche Fälle, wie jetzt letztens, dass mein PC gecrashed ist. Ich hatte Gott sei Dank schon ein paar Folgen hochgeladen, dass ihr jetzt hier keine Lücke hattet. Aber, sobald ich eure Fragen sehe und ich nehme wieder auf, dann werde ich euch die Fragen auch beantworten. Also nicht wundern, wenn die Antworten so ein bisschen verzögert kommen. Ich antworte definitiv auf eure Fragen. So. Jetzt aber wirklich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin.